Was geht ab ihr Lieben und herzlich Willkommen hier zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Video. Ja, es war Weihnachten, ich hatte Geburtstag und habe von Chris Karathos einen Schreibtisch geschenkt bekommen, der noch hier verpackt liegt und ich dachte mir, ich nehme euch mal mit und wir packen das gemeinsam aus und werden es zusammen montieren. Er hat mir gesagt, der ist rosa. Ich habe jetzt schon aufgemacht und reingeschaut und ich dachte mir nicht wirklich, dass er einen rosa Schreibtisch bestellt, sondern einen weißen und er ist halt wirklich rosa. Ich habe es ihm nicht geglaubt. Ja, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Let's go! So, hier liegt die Packung. Die Packung, genau. Und dann habe ich hier schon aufgemacht und ihr seht, es ist wirklich rosa. So soll der Schreibtisch aussehen. Ja, und ich würde sagen, wir starten einfach. Ganz kurz, also die Tischplatte ist nicht groß. So, aber dafür, aber dafür ist sie absolut schwer. Ja, egal. Ist natürlich geil, wenn man sich kein Werkzeug mitgenommen hat hierher. So sieht der Fuß aus. Einfach zu befestigen eigentlich an sich. So, das mache ich jetzt bei den anderen auch. So, jetzt habe ich hier schon die Schrauben rein und die Füße. Das ist eigentlich auch ganz leicht gewesen an sich. Auch man kann einen Akkubohrer, wo da steht, also man kann einen Akkubohrer benutzen. So, und jetzt müssen die Füße natürlich auch an den Tisch. Ich hoffe, das hält. Das mache ich jetzt mit jedem weiteren Fuß noch und dann war es das schon. Dann können wir den Tisch hinstellen. So, die Füße sind jetzt auch befestigt hier. Und jetzt kann ich den Tisch umdrehen. So, Tisch steht. Trotz allem bin ich nicht so ganz zufrieden. Der ist ganz schön wackelig, so ein bisschen zumindest. Aber das liegt auch an den Füßen, denke ich mal. Und wenn was draufsteht, wird sich das, denke ich mal, bessern. Ja, der kommt jetzt in eine Ecke und dann kann ich endlich meine Kissen ausbacken. Ja, ihr Lieben, das war es mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß dabei. Auch wenn es nur ein Schreibtischaufbau-Video war, sozusagen. Dieser Schreibtisch ist von Ikea. Es ist keine Produktplatzierung oder sonstiges. Ich kriege kein Geld dafür. Und ja, wenn ihr den haben wollt, vielleicht verlinke ich den euch mal unten. So, ich würde mir behaupten, das Ding steht. Jetzt muss ich noch wieder alles drauf machen. PC und so weiter und so fort. Die Kasse, keine Ahnung, kriegt vielleicht da unten ein Körbchen. Ich weiß auch nicht. Ja. So, ihr Lieben, das war es mit dem kleinen Video hier wieder mal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns natürlich bei dem nächsten Video. Und wenn wir hier, also es wird noch ein bisschen dauern. Es ist noch sehr, sehr viel hier zu machen. Von Regalen aufhängen bis keine Ahnung was. Wenn das alles fertig ist, kommt natürlich die versprochene Home-Tour. Haustour, Wohnungstour, wie auch immer. Nein, wie ihr es wollt. Und Chris Gratis macht sein Zimmer aber selber. Und ja, dann würde ich sagen, wir werden nicht vergessen. Und wenn du kein Abonnent von diesem Kanal bist, darfst du das gerne tun. Nachholen, wie auch immer. Und wir sehen uns dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.